Hi, ich bin Kathrin Nell, ich bin Bassistin, Gitarristin und Sängerin und habe mir im Dezember eine tolle Gitarre geleistet und dachte dann, für eine besondere Gitarre möchte ich auch einen besonderen Gurt. Ich bin dann zufälligerweise auf die Steiner Manufaktur gekommen und habe mir meinen ersten Gurt bestellt, dieser hier. Und ich muss sagen, ich bin super zufrieden. Der ist bequem, er sieht wunderschön aus, er tut, was er soll, fühlt sich sicher an an der Gitarre. Dementsprechend habe ich inzwischen drei. Für die zweite Gitarre habe ich den Tropical Mango und für den Bass diese hier. Also, es sind Herdentiere, das muss einem bewusst sein, wenn man sich einmal für Steiner entscheidet. Aber das Team ist toll, man kriegt sofort eine Antwort auf jede Frage, die man hat per E-Mail. Ja, kann man nichts zu sagen. Es sind ganz wunderbare Gurte in diesem Sinne. Viel Spaß damit. Ciao.